Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video, ich bin aktuell wieder komplett im Warzonegrind, ihr wisst ja, ich mache Road to Shilland im Ranked und es läuft tatsächlich ganz nice, abgesehen von den Cheatern und Streamsnipern, man kennt es. Ich habe heute vorweg für euch eine ganz krass Level-Up-Aktion und zwar ist ein neuer Geschmack da und zwar die diesjährige Halloween Edition. Mein Autofokus ist auch irgendwie ein bisschen, ist nicht eingestellt im Endeffekt, ist auch scheißegal. Geschmack, saure Kirsche, dunkle Früchte, ich habe es heute probiert, absoluter, absoluter Banger, checkt das Ganze unbedingt aus. Das Ganze mit der 3-für-2-Aktion, das heißt, ihr könnt auf der Level-Up-Seite den 3-für-2-Generator benutzen und zusätzlich mit Code Xenki 5% sparen. Kuss geht raus, Freunde, wenn euch das Video gefällt und ihr Bock auf den Warzonegrind habt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, lasst ein bisschen Liebe da, Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefällt und den Kanal kostenlos abonnieren. In diesem Sinne, Freunde, viel Spaß. Ich bin noch hinter dir gewesen, Bro. Wie, wie konnte ich dann sterben? Nein, du bist jetzt erst gelandet und drei Leute auf dir. Hier war noch irgendwo einer. Hängt die noch hier? Oben liegt auch noch einer draußen. Ach, Mann. Nifo, was ist los? Tricks-Game. Hier ist eine Waffe. Crackt sie on me. Moment. Außen, dann. Außen, dann. Außen, dann. Außen, dann. Toc. Schönen, nicht. Segen, der an mir. Rackt. Perfekt. Pass. So, ne? Mentalität wieder bewiesen. Ohne Reden. Testung. Se, du wirst halt als erstes gelandet und drei Leute waren auf dir und ich habe dem einen halt in den Rücken geschossen. Hier ist noch eine Platte. Danke. Dann auch mal besser droppen, das nächste Mal. Noch mal eine Platte. Noch eine Platte. Eine SPX. Ach, ne, war meint, wir haben ja Loat. Wir haben Loatout, ja. Ich würde mir so eine scheiß Boden-SBX andrehen. Wow, ich denke nur im Team-Gefühl, da wird man direkt wieder gefrontet. Reißt euch mal am Riemen, echt, ey. Deswegen kacken wir auch hier so ab. Ey, drei Games plus zwölf Punkte. Ich sage aber auch ehrlich, Mango hat wieder ein Nachbardach gemacht und sich Waffe geholt. Ich habe, nein, ich bin auf, nein, ich bin auf dem Dach, ich bin auf dem Dach gelandet und instant in das Haus rein. Ich bin auf dem Festhoch-Dach gelandet. Na gut, dann ist es okay. Ich habe nur gesehen, du kamst in Waffe und niemand wusste, woher. Ja, genau. Aber war auf Weichheit. Gut im Endeffekt, ich habe gerettet. Hat nämlich keiner mit gerechnet von den Muggels. I-Rise oben drauf, ne? Da ist was drauf. Oh Gott, oh Gott. Don't die, don't die. Runter, runter, runter. Oh, die steht dann hier auf den Towern. Wir haben richtig schön gewartet, bis ich nach vorne bin. Das war mein Notizbuch anscheinend. Da gehst du Steps drin, Steps drin bei mir, Klaus. Ich versuche zu euch zu kommen. Ich ziehe mal Drohne. Also hier waren tausendbezettig Steps drin. Steht, Hit. Ihr lostet vor sich, ne? Der ist hier aus dem Fenster bei mir. Am Shop noch einer. Hab schon gefinisht. Am Shop ist noch einer jetzt vor sich. War eine große Gasmaske. Hab ich hier so eine Geistweste? Ich hab Self, alles gut. Das passiert. Von wo? Vom Shop anscheinend. Ja, Cross, hier, Cross, Cross, Cross. Oh, ich... Ich hab keine Angle. Ich komm jetzt mal rein. Los, 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 los. Noch zwei, noch zwei. Ein Sound. Oh Gott, was bist du? Das ist eine Plattenbox. Anfängerungskiste, hier. Unibox. Äh, im rechten Building Steps. Hä? Oh, und da? Steps drin. Perfekt. Linkes Building. Äh, kein Angle von hier. Lass auch passen. Lass hier drin drin. Schönen, mir ist besser. Hab ich noch, hab ich noch, hab ich noch. Ich komm dann in die Flüge noch. Ich auch nicht. Busch. Oh mein Gott. Ich bin ein Stück hinter euch. Komme jetzt erst. Schneide nochmal. On top. Keine Hilfe, hier nicht. Rentex stuck. 2-Lock. Wir sind da, wir sind da. Wir sind voll rein. 3-Wars schießt, vorsicht. Hier rein, hier rein. Also da im Text sagt, ja, ich komm hier rein. Nice, das Ding. Achtung, da kommt was rüber gelaufen. Er ist aber fast cracked. Keine Angst. Ich heme ab, ich heme ab. Immer drüber, immer ab. Wenn er von links, wenn er von links kommt, hab ich. Linke Seite post, hab ich. Hier, 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 hier. Da ist er. Cracked. Machine. Mörser. Mörser auf mich. Der ist lockt. Down, down, down. Hier, holt euch. Tag. Nifu. Ne, ich bin ganz hinten. Ne, ich hab euch ja gebt. Alles gut. Finish einfach, ja. Boah, er hat ein Big Cash. Ich würde fast schon sagen, noch eine Drohne holen. Ja, mach, mach, mach. Vorsicht, nicht da rein. Ja, 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 alles gut. Ja, safe. Zieh mal deine eine und kauf eine neue dann. Unsere Drohnen umkreis das Gehirn. Stopp, Luke, an. Alter, rotieren wir jetzt rein. Das wird ehrenlos jetzt. Boah, die Blackside, wow. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie in diese Hütte kommen. Über Wasser dann? Über uns fliegt der Turm, geht runter. Der ist nach rechts geflogen. Ja, das Fullteam ist nach rechts. Einer im Wasser, ne? Vorsicht, richtig beim Loadout. Soll ich mich noch schnell ghosten, oder was war hier? Soll ich mich noch schnell ghosten, oder was war hier? Rechts bei der Hütte, bei der Hütte, bei der Hütte. Break, knock, knock. Nischt. Wir müssen jetzt hier rechts auch passen, hinter uns einmal. Komm mal her. Ja. Einmal kurz scheppern die Leute. Dass wir uns nicht in den Rücken pushen. Vorsicht, Sniper noch? Mhm. Oh, die andere Seite fackt jetzt schon so ab. Von der Bridge. Hier ist was gelandet. Über uns, über uns, über uns. Hier hinten. Ah, das sind die. Der Set. Wir gehen Wasser, Wasser, Wasser und rüber. Wasser und rüber. Zur Hütte, zur Hütte. One Shot. Zur Hütte, rechts. Bei der Brücke hin droppt was. Ich zieh mal meine Drohne jetzt. Bei uns, Autobahnbrücke ist was. Schau mir gerade ghost. Perfekt, bin jetzt geghostet. Einer links noch, ja. Der Smog, der ist weg. Lass uns unter die Brücke gehen. Komm mit, komm mit. Ja, bin jetzt hinter dir. Nipo auch. Einer noch hinter uns, ne? Mhm. Die Unten ist was. Ja. Pullteam, pullteam, pullteam. Einer noch. Ich smoke hinten. Alles dead. Nice. Wow. Wichtig, wichtig, wichtig. Noch ne Kommenweste? Ja. Aber irgendwas anderes hat mich noch abgeschossen. Ja. Du musst unbedingt... Keine Sektix hier. Dürf mal bitte die Plattenbox. Ich will jetzt hier aufpassen. Die nehmen wir deinen Drohne, Mango. Ja, kommt. Okay, ein Team hier unten. Rechts in der Hütte. Boah, ein Trophy nehme ich mit. Ich habe ein Trophy. Sehr gut. Lass uns mal weiter direkt. Ja, 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 ja. Das ist free. Zwei Teams auf der Brücke. Die fighten aber jetzt. Das ist noch ein weiter, noch ein weiter, noch ein weiter. Hier unten spielen wir. Ja, Tanke, erinnert mich an. Hinter uns. Was? Oder wie steht? Ja, von oben, von oben. Wir bleiben hier. Das Team ist in der Sicherheitszone. Hier ist top. Ne, ich habe auch noch den Prezi. Ja, ich auch. Das ist gut. Das ist geil. Für die Brücke was machen wollen. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Links ist was gelandet. Ja, bei euch irgendwo. Rotieren hier rechts. Blackside, komm. Hier liegt einer, Jungs. What the fuck? Der lag in uns. No way. Hier im Busch. Nein. Deswegen konnte ich da nicht durchlaufen. Nein. Große Gasmaske hat der. Große Gasmaske, ja. Hab ich. Check right side jetzt. Ich habe linke Seite, Tanke. Der liegt die ganze... Bruder, ich dachte die ganze Zeit, wieso kann ich nicht... Ist das gottlos. Wieso kann ich nicht durch diesen Busch laufen? Wieso kann ich nicht durch diesen Busch laufen? Ich habe sechs Smokes jetzt fürs Rotieren, ne? Vielleicht sollten wir über die Feuerwehr sogar. So ein bisschen. Ja, wir haben große Gasmaske. Wir gehen über Feuerwehr. Smoken uns komplett. Vielleicht trocken die. Irgendwas mit Breedziee machen. Irgendwas mit Breedziee machen. Irgendwas mit Breedziee machen. Irgendwas mit Breedziee machen. Über uns. Oh, 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 oh. Nice, wichtig. Auf der Blackside dann, oder? Okay, jetzt Feuerwehr, Feuerwehr. Werde angehämt. Die wissen. Ah, ja. Alles gut. Hier ist top. Zwei Balken noch. Ja, easy. Ja, das reicht aber. Wir haben jetzt ohne. Bruder, die kommt einfach nicht, ne? Wir müssen ein bisschen rein. Wir müssen ein bisschen rein. Ich smoke uns. Guck mal, der hat die Landung verkackt. Knocked vor. Ich breziehe die Tanksche. Ich muss jetzt nur gucken. Einer hinten. Ich geh wieder nach hinten. Ich smoke uns doch mal. Ich habe noch einen Lock. Nifu, there is one. Ich geh wieder hinten in Sicherheit. Ich habe hier guten Angle. Noch einen Lock. Ich gehe jetzt auf Kills. Sorry für nicht hacken lassen. Vor mir, vor mir. Down, down, down. Blackside tanken. Gebrät sie. Einer noch. Ein Timisch raus. Last one. Bein Herz, ich kam gerade zu callen, ne? Häh? Hinten gerade einer gestorben. Wo ist der? Ist der in der Luft? Wie gesagt, Fein nähert sich gar nicht mehr. Hier, vor mir, vor mir, vor mir, hier. Hier. Ich kann schauen in der Ecke. Ich muss jetzt kommen. Ah, Jungs, wie geht's? Oh shit. Let's go. Big call mit der Tankstelle da, ne? Mit der Feuerwehr. Echt.